Das Auto! Da ist immerhin alles runtergefallen. Irgendwann werde ich auch mal eine Dungeon-Runner-Map machen oder sowas. Dungeon-Runners? Ach du Scheiße. Ne, ne, ne. Kann ich dir gar nicht empfehlen. Wenn du eigentlich gerade der Pro drin bist, kannst du voll verschissen. Nein, ich meine selber bauen. Ach, du meinst eine Adventure-Map? Ja, ja. Ne, ich dachte jetzt immerhin selber diese Dungeon-Runner machen. Ich sag dir, da hast du so verkackt. Das ist ja so scheiße, ey. Ja, hab ich mit Fabio... Ich hab eine voll... Hab ich voll verkackt. Ne, bin ich eigentlich recht gut. In Dungeon-Runner? Ich hab alle Level geschafft. Ja. Nach wieviel Versuchen? Gleich im ersten, oder? Nein, da sind schon ein paar Versuche mit drin gewesen, aber... Naja, ich hab's, da hab ich's geschafft. Ja, möglich ist es schon, aber... Es dauert schon ein bisschen. Vor allem diese ganzen Pistendinger da, wo du dann immer ausfährst, weil du zu langsam warst, oder wo die Tür dann nicht aufgeht und sowas, das nervt dir das nicht nur. Ja, also... Nach einer Woche oder so ging's ja noch lange nicht, ne. Also... Bisschen... Was? Die ganze Woche? Alter, wie hast du das denn kaputt gesucht? Bitteschön. Nichts zu tun? Ja, also... Nein, nix wirklich. Okay, das erklärt so einiges. Hab mir das angeguckt. Die Unge... Oh ja, ja. Habe ich's mein Dungeon Runner Map genannt. Boah, wie... Wie lang brauche ich denn noch, bitteschön? Alter Schwede. Als ich angefangen hatte Videos, eh, da hat das bei mir auch so lange gedauert, bis das fertig ist, aber... Äh... Hochladen und so. Aber jetzt geht das eigentlich recht schnell mit dem Hochladen. Fast... Naja, hast du dir vielleicht eine bessere Leitung zu überlegt? 10 Stunden ist fertig. Oh, du machst nur kleine Videos nur noch oder so? Das kann natürlich auch sein, ne? Ich mache... Höchstens mache ich Minuten oder so. Wie? 8 Minuten? 10 bis 8, ja. Ja, gut, ähm... Bei wie viel MB in etwa? Weiß ich nicht, ich render das ja. Ich nehme ja alles über Frapse auf. Du nimmst das alles mit Frapse in die Rohdateien hoch? Labe doch nicht, dann nimmst du ein paar Gigabalt hoch. Ja, irgendwas mit 2,3 GB, das render ich dann über Movie Maker, weil ich irgendwas anderes nicht kann oder so. Ich nehme Movie Maker und dann geht das eigentlich recht gut. Ach, Movie Maker, ach du Scheiße. Ja, die meisten werden ja ADJ oder so weiter nehmen. Was? Camtasia? Camtasia ist noch beschissener. Es gibt ein Programm für 20 Euro, das nennt sich Cyberlink Power direkt, das nehmen sehr viele. Dann gibt es noch ein Programm, das benutze ich, das ist für 70 Euro kaufbar, aber das ist wirklich, ähm, qualitativ. Eigentlich, von der Datei-Glustern... Davor hatte ich Sony Vegas. Ja, Sony Vegas, ach du Scheiße. Wenn du dann mal so ein Stundenvideo renderst, ne, hast du ab und zu paar Black Screams drin, aber das aber so ein Scheißding ist. Das ist dafür gar nicht ausgelegt. Sony Vegas ist eher für Effekte ausgelegt, deswegen. Hm. Genau wie After Effects und wie das alles heißt, Cyber 4D und so ne ganze Kacke. Oh, da ist das Festland, ich seh das Festland! Jaaaa! Ich seh das Festland! Ich hab das Festland gefunden. Ich dachte da ist... Ich dachte da ist nur so in der Luft. Ja, es schwebt ja auch in der Luft, aber du kannst dich ja wegbauen davon. Ich bin jetzt keine Ahnung, wie weit schon weggegangen. Und da ist halt das Festland dann. Ich zuck mir grad die Schulter hier ein bisschen... röpfe das ist so gemacht wenn eigentlich soll man da gar nicht über die noch mal jetzt viele meint auch einfach mal so nicht ich darf das das ist ja nicht mehr wer sonst langweilig meiner Meinung nach immer die ganze Zeit nur und die drei abschütteln gemacht worden ist ich alles abgeschnitten damit stimmend wohl mit nur mit dem mit dem er oder wie das hieß er wird das wird ist das was du im single player im server machen kann es gibt extra so ein programm was da wurde ganze welt um ändern kann es mit kenne ich nicht habe ich noch gemacht wird aber ich kenne den namen halt jetzt bin ich schon wieder runtergefallen die überschrift lebt fehl und jetzt darf ich auch noch mal vor allem mal dahin latschen das ist das beste daran es ist mir doch gleich 20 fiecher entgegen gelatscht kommen oder nicht riemann ja da ist die ganze brücke wieder am arsch auf jeden Fall neu bauen schaffe ich es heute überhaupt noch in den letzten minuten darüber zu kommen das ist jetzt die frage komm schon gib gas jetzt hier du scheiß ding da entsteht doch noch einer weg rum ey nee oder ist das ein block oder ist das jetzt ein typ da wäre ich natürlich ganz scheiße drauf das typen jetzt sind blöcke puh ich bin gut drauf wenn das jetzt äh äh ob ich jetzt zombies wären boah wie weit habe ich mich denn noch rüber gebaut ist ja unglaublich ist das bei dir auch gerade so heiß bei mir wird das voll heiß wegen dem scheiß dachfenster hier ey nö bei mir ist recht angenehm ja eigentlich auch aber mir scheint jetzt grad die rück die sonne voll auf dem rücken das ist dann immer noch ein bisschen nervend mhm vor allem ist das immer nervig wenn der bildschirm dann immer so so mit den lichtern immer voll geflaggert wird von der sonne dann sieht man immer voll wenig nö toi 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 ich hab ja meinen super sparsamen neuen dis- ach ne nicht neuen display habe ich schon ein paar jahre jetzt das ist ja oder so nein da habe ich mir jetzt halt den also habe ich jetzt einen rechner bestellt und da werde ich den an den fernseher anschließen und da der ist so extra so eingestellt irgendwie dass da kein licht gegen das äh gegen das display kommen kann oder so effektieren oder so meinst du ja das ist natürlich auch was feines das habe ich noch nie von gehört dass es überhaupt gibt aber ok wenn das so ist natürlich was feines ne ja doch müsste es also nicht weiß nicht ob das reflektieren ist oder so auf jeden fall wenn die sonne drauf scheint dann merkt man das gar nicht weißt du irgendwie so komisch mhm dann ist vermutlich auch ein material drüber gezogen was das verhindert dass drauf reflektieren kann also kein glas mehr oder plastik oder sonst was ne mhm ja irgendwie dass die da ähm extra bearbeiten sind ja ja ich finde das gerade bei dunklen spielen voll scheiße wenn man dann so in der nacht rumläuft zum beispiel im rollenspiel oder so und dann alles dunkel dann siehst du gar nichts mehr ja boah guck dir immer die lava da drinnen an ey heilige scheiße wenn was da zu höhlen sind oh also ich frag mich wie man auf so eine idee überhaupt kommt so eine insel einfach in der luft schweben zu lassen außer von dem und wieder drauf bauen und so ne auch nicht gerade ohne oder ne ich denke auch nicht da kommt man ja nicht gerade so beim scheißen einfach mal drauf ja komm wir machen mal das und das jetzt ne ne ja ein bisschen krank ja beim scheißen und wir sind fast da ich sollte jetzt aufhören weiterhin nach hinten zu gucken einfach weiter bauen wir haben nämlich nur noch knapp 2 minuten 3 minuten ne 4 minuten vielleicht sind es nur noch 3 minuten ja ok ich guck auch ab und zu mal dann wo ich einen timer hab guck ich auch natürlich ab und zu mal drauf ne ich hab keinen timer ich rechne jetzt einfach am kopf immer aus und hab dann unten ein pc uhr und oben eine normale uhr ne da sieht man das dann ja das wird strengt ja die augen zu weg ist zu anstrengend ne ja boah was hat der denn hier gebaut boah was meckern die denn hier rum ey auf dem server? ja was denn keine ahnung was hat der geschrieben äh unser kampfstellung geil runtergeschissen komische meckerei ja keine ahnung dann werden wir hier auch nächstes mal weitermachen ähm das ist ein schwein schweine hallo schweine oder den hier war doch immer ein schwein hab ich jetzt den vater morgana gesehen oder was da ist ein schwein hier komm her komm her komm her schnapp doch endlich mal jetzt hier hallo dummes schwein ich tu dir doch gutes ja ich tu dir doch gutes ja komm ich hab hunger jetzt hat mir das nicht mal fleisch gegeben alles danke dann ist noch eins kommt das jetzt her ich denke wir mal uns vorher mal ganz kurz hier in ähm ähm ne workbench schwein ich hab jetzt auch madmose drauf also den matz matamos wie wie der ähm äh 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 oder oder m 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 Und dann machen wir jetzt auch gleich die Aufnahmepause in einer Minute. Wo kommen die ganzen Schweine jetzt auf einmal her? Gibt's doch nicht. Und da war keine Sau da und jetzt... Jetzt aber auch mal sind welche da. Nein, nicht in die Lava. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Ist ja auch nicht schlecht, wenn ich jetzt hier statt Skyblock einfach diese normale Welt weiterspiele, wa? Natürlich, Skyblock andere Welt da, ne? Wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, dann wäre es aber kein Skyblock mehr. So, ein... Wäre es Land... Ach, so macht man nicht. Landblock. Landblock, ja, Landblock, stimmt. Wo ist jetzt die ganzen Schweine denn da oben? Es wird nämlich schon wieder dunkel. Wenn ich zurück bin, dann ist es eh schon dunkel. Wieso kommen die mir nicht zu essen? Weißt du nicht, wie man ein Schwert hat? Doch, weiß ich doch. Hab ich irgendwann schon gemacht? Da, Fleisch. So, weil du gesagt hast, ach so ein Schwert. Ja, ach so geht ein Schwert. Ja, 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 ja. Ja, das hab ich halt auch rausgefunden. Wieso geben die mir noch ganz wenig Fleisch? Die haben mir gar kein Fleisch. Wie geben die eben gerne? Ich hab Hunger. Warte mal. Na gut, die geben mir noch zwei Keulen. Da sind die lebensrettenden Schweine. Und hier sieht man unsere nette Bahn. Oh, ich muss Aufnahmenpause machen. Zack. Zack.